Say, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode von Pleiten, Pech und Pannen aka 7 Minutes Quads sind FIFA 16 Ultimate Team. Wir sind wieder am Start mit der Serie, die ich hier in Deutschland so ein bisschen eingeführt habe, übernommen natürlich von Jack54HD und heute soll es im neuen FIFA damit endlich mal losgehen. Ich weiß noch nicht, wie frequentiell häufig diese Serie kommen wird, aber heute ist auf jeden Fall erstmal die erste Episode am Start und das ist bereits die zweite, die ich aufnehme, die ich gestern eigentlich schon aufgenommen habe. Die ist weg bzw. die Soundspur ist weg und ich habe mich jetzt entschieden, dann machen wir das Ganze nochmal neu. Ja, Facecam und so weiter und so fort ist zwar da, weiß aber nicht, wie es funktioniert, da haben wir beim nächsten Video, also der nächsten Serie, die kommen wird entweder heute oder morgen noch, ein Problem, dass die da einfach nicht aufgenommen hat. Und des Weiteren habe ich auch noch keine Ahnung, wie ich das Ganze machen werde mit dem Counter bzw. dem Timer unten, denn ich kann den gar nicht in Adobe einbauen, also ich weiß noch nicht so, wie ich das mache, aber ich kriege das bestimmt schon irgendwie hin. Und jetzt geht es erstmal los mit der ersten Episode, ohne länger drum rum zu mäkeln, wie wir das Ganze im Video dann verpacken. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes für diese Serie wären richtig, richtig geil zum Auftakt, würde ich mich extrem darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung, apropos Unterstützung, ihr wisst Bescheid, Videobeschreibung, Twitter, Instagram lohnt sich momentan besonders. Die Seiten, auf denen ich aktiv bin, dazu noch Facebook, Grand Run, Instagram, äh, Instagram hatten wir ja schon, Amazon, einfach wobei schon, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich auch darüber freuen. Gut, ich würde sagen, wir suchen mal den ersten Spieler für FIFA 16 Ultimate Team in 7 Minutes Quads, gestern waren es Michael Worm und, äh, ja, Chicharito Hernandez, äh, jetzt werden wir einfach mal schauen, das wird Aritz Aduriz, den werde ich aus Gründen nicht nehmen, das heißt, wir machen das Ganze gleich nochmal neu und wählen erstmal die Formation aus, denn ist das ja, äh, beziehungsweise das ist ja auch gar nicht mal so unwichtig. 4-3-3-2 war es letztes Mal, ich gucke nur euch an und nicht die Formation und werde gleich einfach aufhören, hier rumzuscrollen und mich dann für diese Formation entscheiden müssen, es wird das 4-3-3-2. Ja gut, wieder ein 4-3-3, diesmal mit einem Sechser, nicht mit zweien, aber das dürfte schon passen. Gestern übrigens habe ich mich viel zu sehr auf Knowledge Wasted und auf Kreativität verlegt, das hat nicht funktioniert, heute soll das Ganze anders werden, mal sehen, wie das klappen würde. So, nächster Spieler ist Javi Fuego, wird also unser Sechser werden, ist an sich keine schlechte Variante, denn der ist auf der Sechst, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Allerdings natürlich auch kein Top-Spieler, trotzdem müssen wir auch damit klagen und ich denke mal, das kriege ich schon irgendwie hin. Er hat immer ein 80er Racing Spiel bei Valencia und Valencia ist ja ein relativ guter Klub, von daher wird das schon irgendwie passen. Gut, den nächsten Spieler suchen wir dann auch noch gleich und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen, nur mit Gold. Und da bekommen wir diesmal Bojan, aber der passt nicht zur Formation, Lamele allerdings auch nicht so wirklich, wobei Bojan passt theoretisch, den müssen wir einfach nur ins zentrale Mittelfeldspiel stellen. Haben wir zwar direkt den Link zu Javi Fuego, aber das soll mir ehrlich gesagt mal egal sein jetzt. Sieht an sich wieder sehr, sehr stark aus dieses Jahr, Bojan Krikic ist ja leider Gottes nicht so, ja, so rausgekommen, wie man es eventuell von ihm hätte sich erhoffen können. War ja in der Barca-Jugend ein sehr großes Talent, war ja dann bei Ajax, war bei Milan, war überall mal, aber hat sich nirgendwo so richtig extrem durchsetzen können. Jetzt ist er bei Stoke mittlerweile und hat seine Karriere genauso wie Shaqiri, wurde am Nagel gegangen, wenn er hingeht, nein, Spaß. Aber trotzdem auf jeden Fall nicht so das Potenzial bisher erreicht, dass man ihm früher zugesprochen hat. Gut, ich würde sagen, damit sind wir quasi schon am Start von Episode 1, beziehungsweise haben wir unsere zwei Spieler und starten den Timer in 3, 2, 1 und go. Mal sehen, wie ich es ins Video einbaue, aber das soll erstmal noch gar nicht die Frage sein. Marco Arnautovic hätte ich ganz gerne auf der linken Seite, auf dem Flügel hat nur noch 70 Tempo, 77 Tempo, was ich ein bisschen komisch finde, das wusste ich noch gar nicht. Aber gut, von mir aus gerne, nehmen wir trotzdem einfach mit. Wir können natürlich auch Shaqiri nehmen, aber ich mag Arnautovic lieber als Shaqiri, deswegen wird der auch einfach mal eingebaut werden. So, dann brauchen wir das Weitere, am besten einfach einen spanischen Zentral-Mittelfeldspieler, denn damit haben wir schon mal sehr viele Probleme gelöst. Und dann am besten einen spanischen Stürmer aus der gleichen Liga. Mal sehen, was wir da so finden werden. Spezial brauchen wir nicht, Gold brauchen wir und Preisbeschränkungen brauchen wir hier ebenfalls nicht. Wir versuchen natürlich das Ganze wieder an Lowlings Wasted zu halten. Thiago wäre eine Möglichkeit, allerdings gibt es da keinen vernünftigen Stürmer, wenn ich so drüber nachdenke. Mario Soares ist mir ein bisschen zu defensiv. Gabi wäre gut, weil es in der Liga halt auch viele Spieler gibt. Aber wir gucken erstmal weiter, ob wir noch irgendwas Interessanteres finden. Theoretisch können wir auch in die Premier League gehen. Und Ateta beispielsweise, allerdings spanische Stürmer. Wir suchen erstmal nach spanischen Stürmern und richten uns dann danach. Ich glaube, spanische Zentral-Mittelfeldspieler ist einfacher, als einen spanischen Stürmer zu finden. Wir haben da beispielsweise, ja, José Lu. Ach nee, Quatsch, in der Premier League sind wir ja schon. Das heißt, die ist sowieso raus. Die Soriano hätten wir hier noch. Wir hätten noch Paco Alcázar beispielsweise. Allerdings sind wir ja auch schon in der BBVA. Von daher sollten wir im Idealfall in die italienische Liga gehen, beziehungsweise in die Bundesliga. In der italienischen gibt es als Stürmer immerhin Morata und Calejón. Das heißt, Morata könnten wir eigentlich mal benutzen. Theoretisch wäre das eine Möglichkeit. Und dann zentrales Mittelfeld wäre die Option mit Borgia Valero, die auch gar nicht so schlecht ist und mir ehrlich gesagt relativ gut gefällt. Deswegen werden wir einfach auch mal benutzen. Gut, rechter Flügel aus der Serie A ist dann das nächste, was wir noch brauchen. Da können wir irgendwen hinstellen. Und ich weiß noch gar nicht, für wen ich mich da entscheiden möchte, weil so krass sehen die Spieler alle dieses Jahr da ehrlich gesagt nicht aus. Am besten ist vielleicht sogar noch Salah Iturbe. Irgendwen habe ich im Kopf. Leider Gottes hat er auch Quadrado richtig beschissene Workrates. Von daher, der auch nicht so wirklich das wahre. Was machen wir? Jago Falke ist aus Spanien. Das heißt, der ist raus. Bia Biani hat keine Forster-Skills. Ich meine, gut, das ist jetzt relativ egal, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der extreme Pace-Liebhaber. Berardi sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Ich glaube, wir nehmen mal Domenico Berardi, einfach weil er 79 Shooting hat und 70 Füße ist noch dazu. Das dürfte, denke ich mal, ganz gut funktionieren. Und was haben wir dann jetzt? Eigentlich sind wir dann soweit mit dem Mittelfeld fertig und können uns dann um den Kollegen Javi Fuego kümmern. Was wir natürlich auch direkt mal tun werden. Wobei, ne, haben alle volle Chemie. Okay, dann können wir bei unserem Javi Fuego gehen in die Liga BBVA und holen uns da einen Innenverteidiger. Und zwar im Idealfall von Valencia und dann auch noch einen linken Mitteverteidiger von Valencia. Eigentlich glaube ich, die haben noch Jose Gaya, wa? Haben sie noch Jose Gaya? Ne, sie haben auch noch Orban. Und den würden wir auch nehmen, weil wir wollen ja neulichs Wasted haben. Oder wir nehmen einen spanischen Innenverteidiger. So können wir aber Mustafi theoretisch einbauen. Allerdings hat der gerade eine Innenform, weil wahrscheinlich dementsprechend ein bisschen teurer sein. Der Innenform kostet gar nicht so viel. Abdenur und Santos sind natürlich auch Möglichkeiten. Abdenur sieht sehr, sehr stark aus dieses Jahr wieder. Brasilianer mit Santos, der ist nochmal ein Stückchen größer. Er hat hoch, hoch Arbeitsraten. Mit dem Mittel gefällt mir das schon besser. Mustafi kostet ein bisschen viel. Gucken wir mal nach, wie das mit Spanien aussieht. Weil Orban halt natürlich auch nicht die absolut ideale Lösung ist mit 72 Tempo. Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Relevanz hat Tempo ja dieses Jahr tatsächlich auch. Bartra Ruiz. Sollten wir vielleicht mal an Linksverteidigern gucken in der Liga. Nicht Spanien, sondern andere. Zack. Ja, wir haben Jokic. Das würde ja quasi ganz gut passen eigentlich. 80 Füße, ja doch. Das sieht gut aus. Den würde ich sagen, nehmen wir mit. Dann brauchen wir noch einen Innenverteidiger Spanier von Villarreal. Und da hatten wir ja gerade schon Ruiz. Von daher dürfte das ja auch kein Thema sein. Ruiz ist glaube ich auch der Einzige da. Ja, Inigres halten sie noch. Ein bisschen klein. Aber egal, nehmen wir einfach mal mit. Und sind dann... Also wir hätten natürlich auch das Ganze mit mehr Nation machen können. Aber wir wären bei Valencia geblieben. Und das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ach ja, genau. Ach ja, gut. Das wird dann einfach werden jetzt. Wir brauchen nämlich einfach nur eine Achse aus irgendeinem Verein. Gehen wir aber mal spaßeshalber in die Ligue 1 oder so. Und gucken dann mal nach dem Torwart. Was haben wir da so Interessantes? Ja, Trapp theoretisch. Aber die haben keine günstigen Innenverteidiger. Und ich will natürlich auch nicht so viel Geld für Thiago Silva, Marquinhos oder sonst wen da ausgeben. Mondondat, Angermar hat aber Lille... Obwohl hat Lille noch vernünftige... Hat Lille vernünftige Innenverteidiger? Kier ist ja weg. Ich weiß aber auch nicht, ob Lille den vernünftigen Rechtsverteidiger hat. Davon mal ganz abgesehen. Haben Civelli, Barjam... Oh, nichts. 1,90. Aber ist nicht ideal. Was ist mit Rechtsverteidigern? Rechtsverteidiger haben sie Kortsch hier. Das heißt, das würde funktionieren, theoretisch. Hier ist es der 1,76. Was haben wir noch für Torhüter in der Ligue 1? Das klaut mir jetzt gerade wieder Zeit. Wahrscheinlich schaffe ich es deswegen nicht. Aber ich bin da ja sehr perfektionistisch. Ich denke mal, ihr wisst es. Kossi, Agassa. Haben wir noch Subasic. Subasic ist auch nicht uninteressant. Vielleicht gehen wir auch in eine andere Liga. Vielleicht gehen wir auch in eine Bundesliga. Und machen das Ganze mal mit der 96 Variante. Warum eigentlich nicht? Machen wir Zieler. Machen wir Marcelo. Der ist ja noch ein bisschen größer. Marcelo. Wobei, dann haben wir natürlich rechts keinen Goldverteidiger. Da hätten wir dann... Wer nennt man denn da? Sakai oder Sorg? Also Sakai wegen Nationalität. Aber wie sieht denn das dieses Jahr aus? Sonst nehme ich da einfach Junior Kai Schada von Schalke. Wieder eine Nation weniger. Aber das soll mir recht sein. Solange es noch nichts wasted bleibt. Ne. Ich mache ein Statement. Ich mache ein Statement und hole mir Junior Kai Schada. Von FC Schalke 04. Einfach, weil Sakai mich in Realität nicht zufrieden stellt. Und dann sind wir fertig. Und es hat noch nicht gepiepst. Das heißt, wir sind tatsächlich sogar noch in der Zeit. Was sehr, sehr schön ist. Und zwar waren wir noch 33 Sekunden. Das ist, denke ich mal, ganz ordentlich für die erste Episode. Ich würde dann an dieser Stelle sagen, ich baue einfach mal das Team fertig. Und wir sehen uns gleich wieder. Sechs Nationen mit Deutschland. Brasilien, Spanien, Slowenien. Österreich, der Nummer 11 der Weltrangliste seit neuestem. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Italien, vier Ligen dazu. Mit der Serie A, der BBPL, der BBVA und natürlich nicht zu vergessen, der Bundesliga. Wir hätten das Ganze auf acht Nationen erhöhen können. Hätten wir hier beispielsweise Mustafi. Okay, Mustafi jetzt in dem Fall nicht. Sondern, keine Ahnung. Abde Nur und Orban. Und hier halt noch Sakai hingestellt. Aber, ne, hätten wir sogar noch eine Nation. Ne, Quatsch. Ne, hätten wir acht Nationen und vier Ligen. Aber ich denke mal, auch in sechs Nationen und vier Ligen kann man sehr gut leben. Das Team sieht an sich sehr stark aus. Wir haben einen starken Stürmer. Wir haben gute Flügelspieler. Wir haben ein solides Mittelfeld. Das alles drauf hat. Und denke ich mal, solide Defensive. Ich kann schon wieder nicht reden. Egal. Ich suche einen Gegner, würde ich sagen. Den zerstören wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Kommender Gegner. Ein niederländisches Team. Mit Zillisen, Bruma, Kongolo, Wilhelms. Tete heißt der, glaube ich. Klasen. Das ist jetzt schwierig. Guardado, Fischer, Locadia und Nzing. Basuer. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall irgendeinem Zentral-Mittelfeldspiel, der wahrscheinlich körperstärkert bis nach Meppen. Sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht so gut wie das Team von gestern als Gegner. Von daher wird das schon irgendwie hoffentlich werden. Wir packen das schon. Im Santiago Bernabeu. Weihnacht. Das letzte Mal mit den 96 klassischen Trinkmus. Ab geht's. Wow. Ey, das ist echt lächerlich, diese Torhüter. Auch dieses Jahr wieder. Nzing wird immer 1 zu 0,45. Minute. Es gab bisher ein paar Annäherungen auf beiden Seiten, aber nichts wirklich gefährliches. Und dann das. Was ist das? Ganz ehrlich. Naja, egal. Also, das Team gefällt mir absolut überhaupt nicht. Ja, das war natürlich auch wieder dämlich von mir, aber ich komme absolut überhaupt nicht klar. Morata bisher wirklich absolut nicht im Spiel. Der ist so unfassbar unauffällig. Der gewinnt keinen Zweikampf. Der ist langsam, der fühlt sich extrem träge und irgendwie auch, ja, unfassbar dribbelschwach an. Berardi auch langsam, nicht ins Spiel eingebunden. Mittelfeld sehr, sehr lau. Ich habe, glaube ich, noch nichts von Bojan gesehen. Also, gerade nach vorne geht noch gar nichts. Kann auch an der Formation liegen. Mir ist das allgemein eher zu defensiv. Auch das 4-3-3-2 finde ich persönlich ja einfach nicht offensiv genug. Aber das muss auf jeden Fall besser werden, weil sonst verlieren wir das hier mit 1-0 und ohne irgendwie Torschuss. Das war mal ein starker Reflex von Zieler. Den hat er gut rausgeholt. Von Viktor Fischer kam der Schuss, glaube ich. Aber bei Ecken muss da auch aufpassen, weil Bruma und Kongolo sind beide gefährlich. Oder er legt ihn einfach zurück auf Klaasen und auf Fischer. So, Borja Valero im 16er. Mit dem kannst du da natürlich eigentlich gar nichts anfangen. Guck mal, da ist keine Bewegung drin. Keiner läuft sie mal irgendwie frei. Der hat keine Anspielstation. Jetzt außen, Djokic. Morata ist an sich auch nicht Kopfballschwach, aber kommt gar nicht erst an der Ball. Noch mal reingebracht, wollte ich sagen, aber auch total ungefährlich. Also offensiv ist das echt lächerlich. Ich stehe schon auf sehr offensiv, muss man dazu sagen. Nach 50 Minuten schon. Also da habe ich es angestellt. Das ist eigentlich schon viel zu früh, aber es geht halt absolut nichts nach vorne. Den Ball spielt er nicht gut. Es gibt Einwurf. Bojan jetzt. Bojan und dann macht er das 1 zu 1 mit dem ersten Torschuss der Partie. Und das ist gleich mal ein richtig schönes Tor, um in den 7-Minute-Quads durchzustarten. Setzt sich durch gegen Kongolo, war es glaube ich. Und dann kann Tillerson da auch nichts mehr halten. Das war richtig schön gemacht. Endlich ein Torschuss und der ist gleich drin. Jetzt vielleicht mal auf offensiv zurückstellen, nicht mehr auf sehr offensiv und dann versuchen irgendwie noch das 2 zu 1 zu machen. Mit dem zweiten Torschuss im besten Fall. Oder wir kassieren einfach das 2 zu 1. Hätte ich auch eine Möglichkeit. Äh, scheiße ey. Das war auch wieder dämlich. Kann ja auch offensiv bleiben. Ja, Elfmeter. Tatsächlich Elfmeter. Das ist, äh, von mir aus ge... Oh. Machen wir mal, machen wir mal. Marcelo, komm. Hau ihn rein. Mach mich stolz. Jawoll, Marcelo mit dem 2 zu 2 in der 78. Minute. Hab keine Ahnung, warum der den Elfmeter schießen sollte. Aber von mir aus kann er es gerne machen. So ist es nicht. Ähm, joa. Das war jetzt natürlich glücklich, dass er da zum Elfmeter kommt. Ich wollte mich gerade eigentlich wieder beschweren, dass da absolut niemand in der Nähe war vom Ball. Aber, ähm... Beziehung, weil es keiner angeboten hat, als vorheriger um 16er war. Aber hat ja funktioniert. Alter, ich verstehe das nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, ergibt. Trotzdem, warum ist der da plötzlich wieder frei durch? Das... Oh, ich bin defensiv. Echt, also dieses Team ist defensiv so schlecht. Also in der ersten Halbzeit ging absolut nichts beim Gegner in der Offensive, bis auf diesen einen langen Pest. Und plötzlich bin ich komplett offen. Und er hat keine Probleme mit irgendwie ein Tor zu schießen. Ich glaube, ich kann nur auf sehr offensiv gut in der Defensive stehen. So, Morat... Ja, ne. Freistoß wenigstens? Nicht mal mehr. Sieg! Äh, ja. Gut, so kriege ich keine Niederlage. Von daher soll es mir egal sein. Äh, das war im Endeffekt jetzt Glück. Aber von mir aus gerne die erste Episode. Ende mit einem Ragequit des Gegners. Ragequit. Da siehst du wieder die Server. Also ich wollte mich gerade noch beschweren am Ende, dass wir, ähm... Ja, quasi bei einer Ecke, ne? Danach abgewehrt. Kaishara läuft nochmal über außen. Und in der Mitte, wer steht da auf Metapunkt? Also da, wo die Flanke natürlich hinkommt, der kleinste Spieler auf dem Platz mit Borja Valero. Und nicht mal Morata oder so. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen, der Morata. Äh, von mir aus soll es aber so laufen, weil jetzt habe ich keine Niederlage, keinen Sieg. Das kann passieren. In den nächsten Episoden sollte es definitiv besser werden. Da merken wir uns einfach mal, wir spielen jetzt offensiv, beziehungsweise offensivere Formation. Da funktioniert das auch. Ich hoffe trotzdem, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich darüber freuen. Und die nächsten Episoden werden definitiv besser. Das verspreche ich euch. Ich weiß noch nicht, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, wie oft diese Serie kommen wird. Das habe ich ja gerade schon angekündigt. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig drüber. Einfach aufgrund dessen, dass ich Karrieremodus bevorzuge. Footdraft ist auch noch da, was ich ganz gerne ab und zu mal spielen würde. Und nicht zu vergessen gibt es natürlich auch noch die neue Serie, die auch noch kommt. Also mal schauen, was da so gehen wird. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, das euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.